Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 10. April 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 598 und ich entschuldige mich nochmals für den Ausfall vom gestrigen Tag. Wer nicht auf Twitter nachgelesen hat, ich bin einfach nicht aus dem Bett gekommen oder wieder ins Bett und wie auch immer gekommen. Die lieben Schmerzen. Wir gehen weiter aber heute mit den folgenden Themen. Tesla, Fiat, Edge, 7.1, Reborn 3, WhatsApp, HTC und Ninebot. Ich starte gleich mit Tesla dem Ersten. Der Tesla 3 feiert in der Schweiz richtigen Erfolg. Aktuell ist es so, dass wenn man die Autoverkäufe des ersten Quartals ein bisschen genauer anschaut, hat keiner so viele Exemplare jetzt im dritten Monat verkauft wie Tesla. Tesla ist da übermaßen auf Platz 1. Generell, wenn man es über das ganze Jahr anschaut, 2019, ist Tesla auf Platz 4. Auch das ist keine schlechte Nummer, vor allem wenn man bedenkt, dass die Auslieferung erst im Februar gestartet hat, also noch gar nicht so lange her ist. Finde ich doch toll. Eine schöne Geschichte. Weiter geht es mit Tesla, aber in Kooperation mit Fiat. Fiat hat, wie jedes Automobilunternehmen, Strafzölle zu bezahlen, wenn die Abgasermittlung des gesamten Flottenbereichs über einen gewissen Wert kommt und sie das Ganze nicht kompensieren mit elektronischen Fahrzeugen oder sonstigen Möglichkeiten. Fiat hat von Anfang an gesagt, sie gehen den einfacheren Weg, den günstigeren Weg in dem Sinne und das ist jetzt eben so, dass man sich mit Tesla zusammenschließt, somit eben die Kompensation hat und logischerweise Tesla halt ein paar Euros in den Rachen schmeisst und wahrscheinlich nicht wenige Euros, die sie in die Richtung werfen dürfen. Doch dafür ist ihre Klimabilanz deutlich besser oder sogar optimal und sie müssen da nicht mehr oder nur noch geringere Strafzölle bezahlen. Auch ein Weg, auch konsequent, kann man da natürlich auch als nicht unbedingt Freund vom Benziner sagen, Fiat ist keine Marke mehr für mich oder irgendwas in die Richtung. Es kann sich in die Richtung ausweiten. Vor kurzem ging es ja durch die Welt, zumindest durch die technische Pressewelt. Der neue Edge auf Chrome-U-Basis ist irgendwo in China aufgetaucht zum Download und das hat natürlich Microsoft nicht so gefallen. Wir haben auch damals abgeraten, die Version zu nutzen, denn man weiss halt nie, was man sich da so reinholt, wenn man das irgendwo runterlädt. Jetzt gibt es den Edge Chromium oder auf Chromium-Basis offiziell zum Ausprobieren, aber hier sei wie immer gesagt, das Ganze ist eine Beta oder sogar noch frühere Software und somit natürlich nicht unbedingt geeignet zum Daily Work, also die tägliche Arbeit dazu machen. Da sollte man schon auf ein stabileres System setzen oder halt einfach Zeit und ja auch Geld haben, wenn man das verlieren kann. Weiter geht es mit FritzOS 7.1, ein kräftiges VPN, gemeinsames Telefonbuch und einige weitere neuen Funktionen bietet der Netzwerkausstatter aus Berlin jetzt seinen Nutzern für erstmals zumindest die 7590, die 7580 und den Fritz Repeater 1750e an. Weitere sollen folgen und somit dann eben auch 50 weitere Neuerungen im Bereich WLAN, Mesh, Telefonie etc. in eure Fritzbox zu bekommen. Wenn man damit ins Internet geht, mit eben so einer Fritzbox als Beispiel, dann braucht man noch was, um eben ins Netz zu gehen und das ist im besten Fall ein Browser und da gibt es ja mittlerweile nicht mehr so viel, was ausserhalb von Chromium spielt. Und Opera hat jetzt seinen neuen Desktop-Browser rausgeworfen. Der Achim und ich haben die Opera-Jungs und Mädels ja treffen dürfen in Barcelona am Mobile World Congress und da haben sie uns schon ein bisschen gezeigt, in welche Richtung das gehen soll. Wir haben da auch schon ein bisschen erzählt. Crypto Wallet, oder Wallet direkt integriert in den Browser, auch integriert in den Browser ist WhatsApp und der Facebook Messenger, sofern man das natürlich möchte. Links, wie die Wallet eben in diesem Navigationsbar, die im Browser drin ist. Und ja, was kann der Browser noch? Dark-Modus. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, über VPN ins Internet zu gehen und natürlich Dark oder das Helle. Die dunkle Seite der Macht oder die helle Seite. Ihr könnt neu wählen. Fast die Hölle zugefroren. WhatsApp kommt auf das iPad. Was für eine Freude. Da haben doch viele drauf gewartet, dass dieser Facebook Messenger quasi jetzt auch aufs iPad kommt. Aktuell können Beta-Tester da schon auf den Zug aufspringen und sich das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Der Kreis der Glücklichen oder wie auch immer ist noch relativ gering, wird aber sicherlich nächstens ausgeweitet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir schon zur F8 dann eine Version für das iPad. HTC? Ja, was passiert da? In letzter Zeit leider nicht mehr so viel. Auch mit der Brille haben sie nicht allzu viel rumreissen können. Die Smartphones funktionieren leider einfach nicht, weil man doch einiges verkehrt macht oder nicht richtig bewirbt oder beides zusammen, wie auch immer. Und ja, jetzt haben sie begonnen, schon vor einem Weilchen mit Apps einzustellen. Plötzlich sind Apps wie der HTC Mail-App nicht mehr im offiziellen Play Store zu finden. Dazu hat sich vor kurzem dann noch einige andere Apps gesellt, wie einen Launcher oder einen eigenen, den sie da haben. Und sonst noch so zwei, drei Apps, die man teilweise gebraucht hat und teilweise vielleicht auch nicht. Und die verschwinden nach und nach. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass sich ja HTC komplett neu aufstellen möchte und da vor allem im Bereich der Hardware punkten möchte. Somit ist natürlich dann alles, was Software ist und Apps ist, ein Anhängsel, der nicht so einfach zu handeln ist. Zu guter Letzt möchte ich euch noch auf einen coolen Testbericht auf dem lebessmart.ch-blog hinweisen. Da habe ich, also ich habe ja schon vielfach so e-Trotty-Netz oder das E-Scooter getestet auf Leihbasis irgendwo in einer fremden Stadt einfach aufsteigen, mit Rap starten und los geht. Für wenige Dollar, Euro oder Schweizer Franken kann man dann rumgurken. Und das Feeling wollte ich auch zu Hause haben, unter anderem auch für meine Frau, wenn sie arbeiten geht. Es ist doch eine Erleichterung, wenn der Parkplatz doch ein Weilchen vom Büro entfernt ist. So kommt sie deutlich schneller dann schlussendlich bei der Arbeit an und auch somit wieder zurück zu uns, zu den Kindern. Und ich kann dann wieder ins Büro ein bisschen bloggen und podcasten, was auch immer. Und eben dazu habe ich einen Testbericht geschrieben. Es geht dabei um den Ninebot, also den Segway Kick Scooter ES2. Wenn es interessiert, Link ist in den Shownotes. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.